Jürgen! Ich habe hier Spanisch und Englisch gesprochen am zweiten und heute war es ausgesprochen friedlich und nett. Die Zahl ist für mich noch drei, vier Jahre alt. Auf Platz sechs, Dauerteilnehmer, kann man auch mal Sechster werden, RIVIS! Aber da, nicht hier, nicht hier! Sehr gut! Mit sieben Punkten, aber Verlierer gegen die Franus FC, das Team von Kolumbien Oldenburg. Spanos FC! Applaus Ja! 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 Voraus, sieben! Ja! Oh! Yes! F.C. Bayern-mäßig haben wir die andere Kunde etwas ausgesprochen. Der F.C. Hollywood! Ja, das kann man leider nicht auf dem Boden. Sehr gut!